So, da sind wir schon wieder zurück mit einem kleinen Tipp für euch. Denn für all die, die noch keinen Wolf getötet haben, wie ihr seht, ich habe die ganz normale Schurkenausrüstung an. Wie ihr die bekommen könnt, einfach bei mir in der Tipps und Tricks Playlist nachschauen. Ihr seht, ich kann einfach so rumlaufen, ohne dass ich irgendwie Schaden bekomme. Und wie mache ich das Ganze? Ihr seht es oben rechts. Ich bin erstens ausgeruht, was natürlich für die Fitness gut ist, beziehungsweise Ausdauer. Und gleichzeitig seht ihr Med des Frostwiderstandes. Ja, dadurch bin ich wirklich komplett immun gegen die Kälte. Warte mal, jetzt müsste du eigentlich hier ausstehen. Da, du bist vor Kälte geschürzt. Schadensmultiplikator Resistenz vs. Eis. Bedeutet, obwohl es hier so kalt ist, ich meine einige von euch haben es bestimmt schon gemerkt im Gebirge, ist es wirklich kälter und man kriegt instant Schaden, wenn du dich nur da relativ, selbst am Rand bekommst du schon ziemlich viel Schaden. Also, wenn ihr Med des Frostwiderstands benutzt, der Buff hält genau 10 Minuten das Fläschchen. Hier seht ihr, 5 Stück habe ich noch. Es hält halt, wie gesagt, 10 Minuten und ich habe jetzt hier mal bei mir die ganze Frostebene hier abgekämmt, aber habe leider keinen Wolf gefunden. Ich werde natürlich noch ein bisschen öfters mal hier rumgehen. Wirklich, ich kann mir gerade zusammen gucken. Aber ich habe jetzt einmal eine komplette Runde gedreht und habe halt leider keinen Wolf gefunden. Ich weiß noch, als wir die Map hier komplett neu erkundet haben, hatten wir einen Wolf am Rand. Aber komischerweise, jetzt finde ich gar keinen mehr. Aber wie gesagt, wenn ich euch mit dem Frostwiderstand schon helfen konnte, dass ihr nicht unbedingt einen Wolf töten müsst, lasst doch gerne einen Like da. Wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Und ich muss sagen, es ist wirklich schön hier oben. Nur, ich habe noch genau 2,5 Minuten, wo ich hier oben sein kann und dann war es das auch wieder. Außer ich haue noch einen Trank nach. Aber leider finde ich hier halt einfach keinen Wolf. Und deshalb, ich wollte es halt einfach mal ausprobieren. Wollte euch das Ganze dann mal im Video festhalten. Wie gesagt, vielleicht sieht man sich mal wieder. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch viel Spaß. Besucht auch mal die Schneewelt. Und wie gesagt, Med des Widerstands auch bei mir in der Tipps- und Tricks-Liste verfügbar. Also schaut einfach mal rein. In dem Sinne, haut rein.